Aha, Nummer 1. Weltsich irgendjemand auf einer Sprache, die ich nicht verstehe? Ich verstehe diese Sprache nicht. Und es war verdammt fesch, muss ich sagen. Ich wollte auch eigentlich mal das Buch endlich mal lesen, weil das ja auch so mega fesch sein soll. Und 42 ist wieder voll in. Oh Gott, erinnere mich bloß nicht an 42. Werde dann. Und dieser geil und der depressive Roboter einfach. Aber es ist, ah, herrlich. Bei mir hört das gar nicht mehr auf. Ich bin die Bilderversion mit Persönlichkeitbild. Aber der Tag ist hier gelaufen. Aber der Tag ist hier gelaufen, oh, ich scheiße. Ja, das würde ich auch sagen. Da oben steht es, oben rechts, first to 45 fracks. Yes, I've rapped this in the match before already. Also hast du dich dann gewundert, dass du... Nein, nein, ich habe es am Ende des Matches gelesen. Ganz da auch. Fack, police. Die Fack, Paul. Der Tag verstehe ich nicht, schneid mal das scheiß Vlog. Das weiß ich nicht, was ihr da getrieben habt. Wie das so aussah und so. Was habt ihr da eigentlich gelernt? Ich muss erst noch ein Intro zu den Burger-Tester machen. Werde jetzt professionelle Optics-Sprecher oder was? Der Burger-Tester. Aber es dauert zu lange, so etwas zu machen in der After Effects. Und vor allem muss ich mir noch schauen, wie man einen Illustrator verdient. Oh, du hast first blood bekommen, jo. Ach, komm schon, dann wird mir beides weggenommen. Oh, ich hasse diese... Irgendwer hat die A-Note bekommen. Äh, gesniped, Alter. Gesniped. Ey, ich hatte ja auch keine Waffe, jo. Ja, ich habe ihn getroffen. So. Jetzt können wir bitte reden, Loro. Bist du? Wieso, hat meine, meine, äh, Ding, haben die die Minen rausgenommen, zufällig? Was? Kannst du mit dem Rocket keine Minen mehr machen? Also... Doch. Du lädst den erstmal auf mit dem rechten Tasten und dem des Aufladens. Drückst du die linke, dann switchst du auf Grenades. Ach, der switcht, dann muss ich erst loslassen. Stimmt, ich weiß nicht, gell? Ey, es kann nicht sein. Ach, der schießt die direkt, wenn ich, wenn ich schieße. Ey. Wo sehe ich das eigentlich, dann unten? Ist vielleicht sinnvoller, wenn sie es so machen, dass er schießt, wenn ich schieße. Ich denke, ich mag die Vorsicht auch. Überall sind wieder Gegner, ich kriege keine Kills. Oh, Eikorat, Minus, Einen. Ja. Das ist Skill. Pockets are explosive, you know. Du hast so gestaubt, yeah. Es ist, es ist, es ist furchtbar. Überall sind welche. Na. Ich spawner und jetzt werde ich wieder von irgendwie, ich kann mir nicht mal eine Waffe holen. Es ist furchtbar. Ja, es ist gerade echt krass. Ja, und dann wieder einer, der kennt, was? Und jetzt sind ab. Wo kommt er jetzt schon wieder her? Du bist das so. Red now. Oh, es ist da oben bei dem Flagkennen. Gibt's hierher. Puh. Warum rüstet der der Sniper aus? Nein, das weiß ich nicht. Oh, dann bin ich nur von Smiley gekillt. Bist du hin? Ah. Verwirrung. Irgendwas kommt. Und dann kommt irgendeiner Spaced. Ah, dann kommt dieser Arvid. Ah, hilf, hör. Was ist denn hier los? Ja. Ja. Wie geil das aussah. Du bist so richtig zu Splendern. Ehrlich. Ja, Sniper möchte ich den ProSniper X-X. Ein Triple-Shot. Superkill. Ich stimmt halt endlich. Ah, so kann man rein, so. Ich verstehe, was du machst. Das ist immer ein großes Problem. Ich sage manche Dinge immer verzögert, weil ich dann so ein Brainlight habe oder keine Ahnung. Ich gerade an irgendwas anderes denke. Oder dann denke ich, könnt ihr es auch mal reden. Ey, das ist mit dem Waffen. Und dann denke ich beim Schneiden immer, das Gameplay ist verzögert oder ich muss irgendwie was um. Und das macht es halt wirklich. Das kann nicht sein, dass er es in dem Moment gesagt hat. Alter, alle weichen aus und es ist doch nicht zu fassend. Oh, fuck. Ich bin nur da gefallen. 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 Oh, oh. Was? Oh. Oh. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich bin back in the game. Ich hab Double Pistols. Doch nur Treppen würde irgendwas. Ja. Fühlt man sich direkt schon wieder Master Chief. Oh nein. Fuck. Ja, dann ist es okay. WT. Er hat keine Pistols in der Hand, du Noob. Er hat Maschinenpistolen, das sind auch Pistolen. Nein. Das war jetzt Deutschland sehr zusammengeschüßt. Halt euch, wenn kein Pistols. Und außerdem, selbst wenn, du kannst auch zwei Magnums nehmen, yo. Weil es in Deutschland einfach sinnlos übersetzt ist. Weil einfach sinnlos benannt ist. Was meinst du jetzt? Der Maschinenpistole. Hä? Nein. Hat er doch grad so das gute Movement. Boah. Movement. Air Snapshot. Au, ich hab meine eigene Scheiß Scoobabble gefressen hier gefühlt. Scoobabble? Ja, ich bin hier halt voll reingerangt. Und er hat nicht getötet. Ich will das nicht mehr. Er hört auf mich anzuschießen. Herrlich. Ich will das nicht mehr. Hallo. Bitte. 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 Er gibt mir halt nen Headshot, oder? Oh, ich hab durch den Ploppschuss durchgeploppt. Oder was poppt? Ich weiß es nicht mehr, ehrlich zu sagen. Seriously. Ich hab nen Helm. Kann es sein, dass dieser Querpresser ist als ich jetzt. Seh mir an. Au. Wie bin ich da hochgesprungen? Nicht, dass es mich stört. Aber es war grad ein Pro-Boof mäßig. Und ich hab's nur gewollt. Oh Gott. Nida, es ist viel zu viel hier. Oh Gott. Ehrlich, ist tatsächlich viel zu viel. Was soll denn da sein? Ich krieg nur Ausmalung. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ich hab ein Leben. Ich hab ein Leben. Nein, wie ihr shredded. Ich hab mich selbst. Oh, dann find ich diese tolle Nahkampfwaffe. Dieses Sniper rifle. Ich hatte ein Leben. Hab mit dem, mit dem, ähm... Wie nennt sich dieses Ding nochmal mit der Flag-Cannon irgendwo gegen die Wand geschossen. Einer dieser scheiß Flag-Schwister scheint genauso abgeprallt zu sein, dass er mich selbst wieder trifft. Und hat mich, weil ich ein Leben hatte getötet. Ich hab auf der Map auch nur dieses behinderte Bio-Rifle. Ich find hier gar keine Waffe. Ich spawne immer und bin direkt wieder bei drei Gegnern. Ich spawne wieder beim... Ey, das ist doch... Ich spawne aber beim Sniper. Das ist nicht gut. Der bin ich noch schlechter als mit dem Bio-Rifle. Serious, ich glaube ich noch mit dem Sniper... Mit dem Sniper weniger kills als mit dem Bio-Rifle. Wow, endlich mal wieder ein Kill. Nach endlosen Zeiten. Ey, das ist unglaublich. Ah, Nose-Golden funktioniert viel besser mit dem Sniper. Ich hab eine Rocket gefunden und du hast einen Kill gemacht. Das find ich irgendwie sehr lustig. Wo kam die Rocket her? Boah, es sind wieder viel zu viele, Alter. Wo kommen die bitte alle hin? Ja, die suchen... Die Sache ist die... Die Leute dadurch, dass leider nicht so viele Leute ähm... Ding spielen, die immer verzweifelt nach vollen Servern... Wenn wir natürlich zu dritt irgendwo rein scheinen... Muss natürlich auch nur ein einziger anderer drin sein... Und schon sind wir vier Spieler und darauf... Auf dieses Server mit vier Spieler fliegen die Leute bereits. Die denken... Wow, das ist schon schon vier Spieler, das ist mehr als einer. Und der spawnt vor mir, der passt. Äh... Ah, yes, das hat gereinigt, wenn du noch so will ich leben was. Äh... Ja, das ist kein Wunder, dass das so ein Chaos ist. Oh Gott, oh Gott, ich geh... Komm her, lauf nicht weg! Ich brauch jetzt dieses Leben hier! Nein, das ist mein Leben! Das Problem ist von hinten... Von hinten werde ich auch noch angegriffen. Ah! Von allen Seiten. Dann geh ich mal da hin. Ah! Ah! Und ich laufe immer an Waffen vorbei, das ist auch immer super. Da hin und vor mir spawnt jemand. Ihr kriegt eine Rocket direkt ins Face einfach und stirbt nicht, das ist unglaublich. Das spawne ich immer beim BioRifle. Das... Ah... Kann nicht angehen. Kann einfach nicht angehen hier. Das spawne ich immer noch gegen so BioRifle Pros. Wie steht es eigentlich immer im Score? 16 zu 24. Yes. Oh, das... Oh, dann ist man mal froh, endlich mal eine Rocket zu haben. Ey! Man kriegt halt nur aufs Pressblatt. Ey! Der Spaß stirbt jetzt aber. Der Spaß stirbt jetzt aber hier. Oder ist das Kack-Fokus-Gewehr oder wie denn? Komm her, komm her! Und er entkommt! Ich weiß, was gibt ihr da vor sich? Das ist doch krass. Jetzt ist nur noch... Ich verstehe gar nichts. Es ist pures Chaos! Ich kann nicht mal mehr einen Gegner fokussen, so. Und dann schießt einfach nur... Jetzt hört man immer aus wieder. Und dann ist das Turm wieder auf zu funktionieren. Vor meinen Augen einfach weg ist nein! Ich kann mich wieder nicht mehr bewegen. Ja, ey! Es ist einfach viel zu viel aus. Und passt. Was? Nein! 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 Was ist passieren? Weißt du? Der ist so ein Typ, der steht einfach nur rum. Gerade AFK oder so, ne? Und ich denk mir so, gut gibt's jemanden. Und der Hypernet schon genau da. Als ich abdrücke, bewegt er sich wieder. Das ist so... Ja... Oh! Als hätte er... Als hätte er mir ins Gesicht spucken sollen. Das ist so richtig... Ekelhaft! Fun! Ah, es gibt hier ja noch mehr Infos. Das hab ich gar nicht gesehen. Score, Weapons, Rewards. Wie viel... Was der Score war, den ich hatte. Ah, wie... Raus aus dem Server. Ja... Nee... Aber ich komm hin. Tada! Ähm... Wie geh ich raus? Okay! Die Frage, okay? Ich... Danke, dass ihr zugesehen habt. X, quit garne. Je nachdem, ob das jetzt ein ganzes Video ist oder keins. Das wird dann der zu schneidende beurteilen. Ja. Ach ja. Aber jetzt hat's nicht aufgenommen. Fangen wir mal so auf. Na, Spaß. Also, ich weiß nicht. Weiß, weiß. Oben steht, dass es aufnimmt. Und das sollte auch aufgenommen haben. Ich wollte gerade einen schlechten Witz machen. Aber er weiß, vielleicht hat's am Ende wirklich nicht aufgenommen. Haaah! Ich hoffe, dass es das nicht ist. Naja. Wie dem auch sei. Ich bin Ishma. Auf Wiedersehen. Ja, ähm... Ciao und tschüss, sagt der Quert. Ciao. Ähm... Mir ist ein Fehler...